But I keep cruising, can't stop, won't stop moving, it's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright Cause the players gonna play, 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 play and my haters gonna hate it Hallo, heute kommt ein sehr spezielles Video und zwar eine Kooperation mit Sophia. Ihr Kanal heißt Sophia Beauty Café, ist natürlich in der Infobox verlinkt. Und wir machen heute ein Video zusammen, eine Kooperation und zwar die 10 Arten von Beauty Gurus. Auf meinem Kanal werdet ihr 5 Arten finden und auf Sophia ihren Kanal. Und ich wünsche euch bei beiden Videos viel Spaß, schaut bei Sophia vorbei und dann will ich das Intro gar nicht so lange halten und dann legen wir gleich los. Hey meine Lieben, wie ihr seht habe ich ein neues Licht, ich weiß. Hey meine Lieben, heute kommt mein Favoriten Video und wie ihr seht habe ich eine neue Lichtlampe, ich finde sie macht echt gutes Licht. Ich meine, ich hoffe jetzt hier mitten in der Nacht, sie erstrahlt mich einfach als wäre das schönste Tagessicht und die Sonne würde einfach nur auf mich strahlen. Und ja, dann wollen wir gar nicht lange über mein professionelles Licht reden, auch nicht über meine professionelle Kamera. Ich weiß, ich habe das beste Bild hier, HD. Ich weiß schon, jetzt kommen wir schon zum ersten Favoriten, ich halte ihn euch mal hin. Das ist das Balea Gesichtswasser mit Puder und so in einem. Das ist sehr gut. Ich kann es euch auch mal ein bisschen fokussieren. Hier so. Genau. Ähm, ja. Das ist halt schön, leicht, mhm, rein mit die Haut. Das ist auf jeden Fall ein super Favorit von mir. Ich habe es gestern gekauft und ich muss sagen, ich habe es schon den ganzen Monat benutzt. Deswegen ist es auch ein Favorit von mir. Ich wollte euch, meinen aller, aller liebsten Follower, einfach mal Danke sagen. Ich liebe euch alle. Ihr seid die Besten, ihr seid das Beste in meinem Leben. Ich liebe euch alle so sehr, jeden Einzelnen von euch. Ihr seid, ihr seid mein Leben. Ich liebe euch. Oh mein Gott, ich kann euch das gar nicht beschreiben, wie sehr ich euch liebe. Ich liebe euch so sehr. Das ist wirklich so mein Herz, so ist, ihr seid mein Herz. Oh mein Gott, ihr seid einfach alles für mich. Ihr seid wirklich alles für mich. Glaubt ihr mir das nicht? Ihr müsst es mir glauben. Ihr seid wirklich alles für mich. Ihr seid auf erster Liste in meinem Leben. Ihr. Ihr. Kein anderer. Keine Familie, kein Freund, keine Freunde. Ihr seid mein Leben. Ihr seid mein Leben. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich wollte euch heute meine neuen Videotage vorstellen. Und zwar kommt jetzt jeden Tag ein Video auf meinem Kanal um 12 Uhr. Montag Fashion. Dienstag Lifestyle. Mittwoch Kosmetik. Das ist alles. Das ist alles. Dann Donnerstag kommt Comedy. Freitag kommt wieder Fashion. Samstag kommt wieder so Comedy. Und Sonntag wieder richtig Kosmetik. Und ich hoffe, ihr freut euch. Ich verspreche es euch. Jeden Tag kommt ein Video. Es wird alles eingehalten. Wirklich. Ich verspreche es euch hier in diesem Video. Heute sollte eigentlich Kosmetik kommen. Aber heute kommt einfach mal so ein chilliges Lava Vlog Video. Es tut mir leid, dass ich die letzten Monate nicht wieder so die Videotage eingehalten habe. Ich weiß, es kamen in drei Monaten nur zwei Videos. Aber ey, Business. Ich habe echt viel zu tun. Aber ab jetzt werden die Videotage wieder voll eingehalten. Ich verspreche es euch. Die werden nicht wieder einfach weggelassen. Jeden Tag ein Video um 12 Uhr. Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Heute gibt es für euch ein Get Ready With Me, dass sie so hübsch werden können wie ich. Naja, nicht ganz so hübsch. Keiner kann so hübsch sein wie ich. Aber ich zeige euch einfach mal so, also ich bin schon soweit geschminkt. Ich trage noch meinen Blush auf. Natürlich habt ihr nicht so eine weiche und ebenmäßige Haut wie ich. Aber ihr könnt es ja einfach mal versuchen. Und vielleicht, vielleicht werdet ihr dann so hübsch wie ich. Aber ich kann es euch natürlich nicht garantieren, weil ich es echt schon, ja, ihr seht es ja selber. Ja, dann trage ich noch meinen Lippenstift auf. Der macht einfach nochmal alles so ein bisschen perfekter. Und dann ist das schon der fettige Look. Ich meine, einfach nur perfekt. Hä? Küsschen noch für euch. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ihr dürft nicht vergessen, mir zu kommentieren. Mit den Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefallen hat. Natürlich schaut auf meinem Twitter, Facebook, Google Plus und Instagram Account vorbei. Natürlich auch noch Kleiderkreisel. Alles ist in der Infobox. Alle Namen. Und ich schwöre euch, wenn ihr mir folgt, mir was retweetet oder liked, ich schwöre euch, ich folge euch zurück. Ihr müsst einfach nur alles liken, liken, liken und ich sehe euch. Ich sehe es, dass ihr es liked. Und damit würdet ihr mir wirklich sehr helfen. Also wirklich überall liken. Nochmal Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram und Kleiderkreisel. Einfach alles durchliken. Und ich sehe, dass ihr das geliked habt. Und vielleicht folge ich euch dann und like vielleicht auch euer Bild. Und ich sehe, dass ihr das geliked habt.